So, Tim hinten gibt uns jetzt zum Beispiel Automarken und wir müssen dann sagen, die Automarke, irgendeine Automarke, wir müssen versuchen das gleiche zu dingsen. Wenn wir es nicht schaffen, beide dasselbe zu sagen, müssen wir beide einen im Mund nehmen. Hat irgendwann wer verloren? Ja, wir versuchen so weit wie möglich zu kommen, mit den Lingen im Mund. Habt ihr die ganze Zeit gleich viel, ne? Digger, für dich ist das wie, das ist ein Tiktakt für dich, Digger. Der, der keinen mehr reinbekommt, isst eine Bohne. Nein. Doch, Digger, du bist fett. Ja, und? Der, der keinen mehr reinbekommt, isst eine Bohne, Digger. Ich glaube sogar, du kriegst gar nicht so viel in den Mund. Eine Getränkemarke. Und 3, 2, 1 müssen wir, ne? Ja. 3, 2, 1, Coca-Cola. Bist du hässlich? Bist du hässlich? Wie, Vita-Bait? Digger. Ich bin Supporter, Digger, was soll ich dir erzählen? Nimm einen Mund, Digger. Eine Farbstut-Kette. Drei. Ja. Drei, die ist ein Digger. Überleg was Neues. Müsst ihr mir jetzt im Mund nehmen? Ja. 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 Schlecht. Allein, dass du KFC sagen wolltest, du Idiot. Guck mich an. McDonalds. Ich bin schwarz, ich esse Chicken. Ja. Okay. Eine Streetwear-Brand. Drei, zwei, eins. Peso. Sehr wichtig, wichtig. Ein Army-Rapper. Drei, zwei, eins. Playboy Cardi. Okay, Schwanz. Digger, du bist der größte Playboy Cardi-Fan. Du bist der größte Playboy Cardi-Fan. Du hörst halt nicht auf mich. Ich habe vorhin gesagt. Ach, das ist was anderes. Was? Hast du nicht Playboy Cardi gesagt? Nein. Nein, das ist es ja. Ich habe gesagt. Erzähl mir, wer dumm ist. Ich habe Playboy Cardi gesagt. Das erfolgreichste. Deswegen habe ich Drake gesagt. Was für das erfolgreichste. Ja, wegen Kette und so. Ich dachte, ein und der muss gleichzeitig sein. Los. Ein Fernsehersteller. Drei, zwei, eins. Samsung. Eine Schokoladenmarke. Drei, zwei, eins. Meka. Wichtig, wichtig. Ein Producer. Drei, zwei, eins. Osi. Bastard. Was? Bastard. Osi ist der krasseste. Dicke. Dann kommt man nicht auf Metro Boone, Dicke. Eine Supermarktkette. Drei, zwei, eins. Rewe. Ja. Richtig. Äh. Ein NBA-Team. Drei, zwei, eins. Lakers. Ja. Ein Marvel-Charakter. Drei, zwei, eins. Superman. Superman. Fach, Mann, Dicke. Marvel ist nicht Superman. Nein? Nein. Ja, dass ich auch einen dafür nehme, dass du dumm bist, Dicke. Halt die Fresse, Osi, Dicke. Osi ist Producer, Dicke. Superman hat niemals was mit Marvel am Mut, Alter. Ne, man. Oh, Gott. Ja, okay, komm. Was, warte. Was, warte. Nein, du kannst ja nicht mehr reden. Nein, du kannst ja nicht mehr reden. Mann. Bruder, ich heil. Kann reden, kannst du reden? Baa, Junge. Er sagt sie mir noch so kleine, Dicke. Die läuft ein Wichser aus, Dicke. Dicke, das ist Quatschlos. Dicke, das ist Quatschlos. Nimm noch Kinder-Schokolade. Bruder, Ü-Eier sind geil, Dicke. Bruder, wir sollen da noch was reinpassen. Gute, das ist Quatschlos. Das ist Quatschlos. Ja, da noch was rein. Ein Anime. Ein Land in Asien Na krass, Freunde 3, 2, 1, China Ein Land in Afrika, Liga Wir hatten dasselbe im Kopf, aber gelassen ist Nächste Frage Ich weiß, dass die dasselbe im Kopf hatten Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich auch sagen Ich schwöre sogar Ich muss ja doch denken, was du denkst Ein Sternzeichen 3, 2, 1, Skorpion Du bist auch Schütze Du bist Skorpion 12 Tage nach dem Geburtstag Wie bist du Skorpion Wie du bist Schütze Ich bin Schütze Schütze Nächste Frage Eine Weed-Sorte 2, 2, 1 Lemonade Eine Frucht Erdbeere Welcher Bastard denkt an Mango? Wegen Mango Fanta Jaa Mango Fanta hab ich schon lange aus dem Kopf nicht zu scheiße in die Kacke, Digga Eine Brotsorte Weizenbrot Gott sei Dank Ich wollte Weizenbrot Weizenbrot Keine Farbe Schwarz Manche Leute sagen Weizen und Schwarz sind Keine Farben Nur so Ich meine ja nur Wir müssen doch nur dasselbe sagen Manche sagen Schwarz und Weizen sind keine Farben Die Wäsche Ticker! Ticker! Nächster. Ein TikToker. Johnny! Wo ist ein TikToker? Ich sehe nur TikToks. Ne, oder? Was? Der Nächster. Ein Fluss. Nil. Ein Land in Südamerika. Brasilien. Egal, du hast so viel? Ein Körperteil. Kampf. Mund! Und schaust du noch eins? Ich sag, ich mach noch drei. Ich sag, ich mach noch 30, du schommst. Ein Schulfach, Mathe, eine Schuhmarke, Nike, ein Dings-Videospiel, GTA. Ja, aber tut mir leid, dass du ein Jahr in GTA-IP gelebt hast, Digga, und ich nicht GTA gesagt hab. Bruder, denk doch daran. Ich f*** dich ja auch. Beine, wie sieht das anfassen? Oh, das los. Das los. Oh oh oh. Doch, Digger. Das kommt doch schon wieder raus. Ich bin voll auf mich. Das ist so hecker. Boah, mein Mund, Digger. Komm mal, du Hund, Hund! Ich bin voll auf mich im Mund. Ich nehme mal diese Feuchttücher bei meinem Bett. Jetzt krass, Digger. Digger, die Pizza hole ich mich wieder ein. Digger, das ich nicht losgelassen habe, ist krass, Digger. Sag ehrlich, wie viel hättest du noch gepackt? Zwei locker. Du musst so eine Bohne essen, ne? Ich dreh jetzt. Das ist die Ratsche. Ist das krass? Das ist die Ratsche. Das ist ein Ratsche. Ich habe mich jetzt mal gepackt. Das ist ein Ratsche. Das ist ein Ratsche. also ich sage euch ehrlich das ist richtig hart gewesen